Schöne Nachrichten von Bastian Schweinsteiger Er und seine Frau Anna Ivanovic erwarten ihr drittes Kind. Die frohe Botschaft teilt das Paar via Instagram mit. Bastian Schweinsteiger, 38, und Anna Ivanovic, 35, lassen die Babybombe platzen. Nach seinen Söhnen Luca, 4, und Leon, 3, erwartet das Paar nun Baby Nummer 3. Wunderbare Nachrichten, die der ehemalige Fußballer und die Ex-Tennis-Spielerin jetzt mit der Welt teilen. Anna Ivanovic und Bastian Schweinsteiger werden wieder Eltern. Auf ihren Instagram-Accounts präsentieren die beiden Promis jeweils den bezaubernden Schnappschuss, der die erneute Schwangerschaft verkündet. Mit einem beseelten Lächeln umfasst Bastian Schweinsteiger den bereits ausgeprägten Babybauch seiner geliebten Frau. Diese strahlt ebenfalls in die Kamera. Jetzt sind Ed Bastian Schweinsteiger und ich offiziell in der Unterzahl. Schreibt die ehemalige Profisportlerin dazu. Wie schön! Unter dem niedlichen Beitrag sammeln sich augenblicklich zahlreiche Kommentare von ihren Fans, die sich mit den Eltern freuen. Alles Gute und herzlichen Glückwunsch ist dort vielfach zu lesen. Auch FC Bayern München, für den Bastian über zehn Jahre gespielt hat, gratuliert dem Ehepaar. Es ist das dritte Kind für das Paar. Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic haben sich 2014 kennen und lieben gelernt. Am 12. Juli 2016 haben sie sich bei einer traumhaften Zeremonie in Venedig das Jahrwort gegeben. 2018 kam ihr erster Sohn Luca auf die Welt, ein Jahr darauf krönte Leon ihr Liebesglück. Nun ist die glückliche Familie bald zu fünft. 2. 10. 10. 10. 11. 13. 16. 16. 16. 16. 16. Bis zum nächsten Mal.